Hi, ich bin Nathalie von LED-Lenser und heute möchte ich euch unsere M-H-11-Störnlampe zeigen, die über die LED-Lenser Connect App gesteuert werden kann. Die M-H-11 bietet dir unbegrenzte Möglichkeiten. Sie ist nicht nur leistungsstark, sondern auch unsere erste Bluetooth-fähige Lampe. Du kannst sie wie gewohnt über den Schalter bedienen oder mit Hilfe unserer LED-Lenser Connect App über das Smartphone steuern und personalisieren. Außerdem kannst du die M-H-11 nicht nur als Störnlampe, sondern auch ganz praktisch als Handlampe verwenden. Die M-H-11 ist super hell. Im Power-Modus leuchtet sie mit 750 Lumen bei einer Reichweite von 300 Metern und einer Akkulaufzeit von 4 Stunden. Zusätzlich kann man für 10 Sekunden den Boost-Modus aktivieren, der sogar 1000 Lumen Helligkeit liefert. Blinklicht ist auch verfügbar. Neben den Weißlicht-Funktionen hat die M-H-11 auch noch Rot-, Grün- und Blaulicht. Über die App kannst du im Notfall auch Stroboskop und das internationale SOS-Signal absenden. Die OptiSense-Technologie passt deine Lampe automatisch den vorhandenen Lichtverhältnissen an. So werden unangenehme Blendeffekte vermieden. Das Außergewöhnliche an der M-H-11 ist die Möglichkeit, sie mit der LED-Lancer-Connect-App zu deinem personalisierten Begleiter zu machen. So kannst du mit der Direktsteuerung deine M-H-11 live über die App bedienen, mit dem Timer das Licht als eine Art Wecker benutzen, über Intervalle die Lampe zum Training einsetzen und das Beste, du kannst sie anhand der Schalterprofile komplett nach deinen Wünschen programmieren. Um mehr über unsere LED-Lancer-Connect-App zu erfahren, schau dir am besten unser separates Video über die App an. Neben der Steuerung und Personalisierung der M-H-11 über die LED-Lancer-Connect-App bietet dir die Lampe noch viele weitere Highlights. Die M-H-11 ist wiederaufladbar. Sie wird mit einem 18650er Lithium-Ion-Akku mit einer Kapazität von 3200 mAh betrieben. Der dreifarbige Battery Status Indicator und die Low Battery Warning sorgen dafür, dass du nicht plötzlich im Dunkeln stehst, sondern weißt, wann du deine Lampe wieder laden solltest. Der Akku kann dank des Magnetic Charge Systems unkompliziert aufgeladen werden. Wenn die Lampe vollgeladen ist, wechselt der Charge Indicator von rot auf grün. Der Lampenkopf der M-H-11 kann zudem stufenlos um 120 Grad geschwenkt werden, und zwar nach unten und nach oben. Den Lichtkegel der Lampe kannst du dank unseres patentierten Advanced Focus Systems einfach per drehendes Focus Rings anpassen. Außerdem ist die M-H-11 mit einer Transportsicherung ausgestattet, die verhindert, dass sich die Stirnlampe versehentlich einschaltet. Um die Sicherung zu aktivieren oder zu deaktivieren, haltet den Schalter einfach für 5 Sekunden gedrückt. So, das war ein kurzer Überblick über die Funktionen unserer M-H-11. Natürlich geben wir auf unsere M-H-11 sowie auf alle Lettlense-Produkte 7 Jahre Garantie bei Registrierung. Um mehr über unsere Produkte zu erfahren, besuche gerne unsere Website. cerOfle々ści 7 Jahre Garantie bei Registrierung. Vielen Dank.